aufzocken umso mehr wird der jam auch machen so ich wollte eigentlich mal alle npcs abklappern und gucken welche beserker quest wir noch machen können oder wir müssen nach yangan was ich was ich eher denke wir hätten nach alexandria erst müssen weil nur in yangan hat man bis jetzt fast die questen angenommen und in alexandria ach wir gucken einfach meine frisse also wie gesagt ich denke mal dass es dennoch gibt geht besser wirklich auf alexus registriert euch jetzt ich denke mal dass wir haben am dingspunkt bis zum ich versuche den jammer ein bisschen so hinein zu reden so hey kommen die leute kommen jetzt wegen mir da rein und gibt immer ein bisschen silks das heißt also ich denke mal so versucht immer zu sagen dass er so bis 22 23 59 so vielleicht weiß nicht übertrieben jetzt mal gesagt vielleicht 300 silksigen gibt die sich an dem tag angemeldet haben weil schauen mal schauen verstehe auch nicht wieso da keine facebook seite jetzt offen hat oder sowas keine ahnung bleibt abonniert facebook hk9 1985 umor news we will see we will see collecting the tentacles? no we need i think we need go to bagdad warum werden nicht viele auf alexisch zocken es ist immer so eine sache mit werbung ganz ehrlich ich bin ja echt herrlich aber ich meine guckt euch die bekannten serven an die sind doch nur alle bekannt geworden durch die werbung und im endeffekt sind das die serven die nach zwei drei monaten wieder schließen was soll denn der scheiß collecten fragment auf so warte mal warte mal warte mal ob die questen musste ich noch machen aber evil spirit seal crystal warte mal chief general chief general das war doch die level 105er quest ich muss sef killen wo ist sef nein sef ist hier ja ich bin voll confused gerade aber richtig confused was ist das staub oder gibt es neue ich sag mal so die letzten sergtitel waren jetzt level 110 und das spiel geht auch mittlerweile schon bis level 130 wir haben kund willkommen danke für eure folie es müssen ja neue sergquesten geben oder nicht ich gucke mal ich gucke mal ich meine das spiel geht doch bis level 130 wenn auch nicht bis level 140 mittlerweile was ist das okay was ich habe keine ahnung es gibt keine neuen titeln kann sein warte mal wir können das herausfinden indem wir warte mal was haben wir denn da amour wo ist das hier weapon no burha noob willkommen brr an thank you for your following warte mal wir können doch hier gucken welche warte mal wir können doch hier gucken welche wo ruhig bin ich da war das wait 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 level 110 wenn ich jetzt einen nehme gewährle warte mal in wir den jetzt benutzen ja that is my last 110 okay i have now beserker one okay that is the quest what i do ff herz ja man kann keine höheren titel sehr wahrscheinlich nehmen no stop sorry oh jetzt geht das nicht oder was ah okay again full ja my zack quest is last senior general war 105 genau captain war 95 100 war general senior war 105 und 110 war chief richtig so war das ja i play iso that is now is room on friday we will play on alexus new private server ja i need kill saff when saff coming was ist das denn hier wirklich land zwei ente war das ente not enough land why not enough lump lump why you are so lump weißt du um wieviel wurde online geht keine ahnung keine ahnung keine ahnung ich sag mal so wenn er wenn er um eins nach zwölf samstag freitag nicht online ist dann denk ich mal abends oder so was ich weiß nicht mal schauen mal schauen ich hab mit dem jam nicht viel geredet aber da sind schwer da ne ja ich werde jetzt auch anträgen und dann tracen einfach tracen ding 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 hey 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 trace oh vielleicht trade down need help soll ich die fragen need help lassen dann sich e vamos todas wir schauen 。 imper yран aqueles haben wir ja wir nicht Nein. Okay. Du-du-du-du-du-du. Hat man hier noch irgendwas besonderes? Trader. Talk to this Persian. Rar-Metall. Rar-Metall. Aber hier. Du heißt Wasdi. Hey Wasdi. Was geht? Jetzt ohne Witz. Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ohne Witz wärst du meine Freundin und würdest Wasdi heißen, ne? Warte. Ja. Voll ins Auge stechen. Voll. Voll ins Auge stechen. Voll ins Auge stechen. Ist auch richtig. Ach. Wasdi. Wie kann man, wie kann man NPC-Weibchen hübsch Wasdi nennen? Sleeve. Okay. Ich glaub, ich hol mal alle meine Gilden hier hin. Okay. Das kenn ich nicht. Gild-Members. Yes. Das I know. Firestone. Was ist Firestone? Production Material. Production. 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 Expendables. Union Party Ticket. Das ist Gild-Eten. Also. Only the Party Leader can use it. Okay. Only the Party Leader. Okay. FPS Drop. FPS Drop. That is it. Look, 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 look. What is that? What is that? Now. I don't know. Sorry, guys. But only if I open inventory, I got this here. Okay. What is Hunter Union? Bring me the Harps. Harps. What is Harps? Forgotten World. Forgotten World. Forgotten World. Forgotten World. Hey. What? Oh, fucking bot, huh? What the fucking bot? Was heißt ein Treppauf Englisch? Hä? Was heißt Treppauf Englisch? Too stupid To walk. Like a robot. Yeah. Okay. Okay. Stairs, genau so hieß das, Stairs, alles nur flabotzt, keine Ahnung, Stairs, ja sag ich Stairs, irgendwo hinten so rum, am wubbeln, am fliegen, Magikpop, what is join normal, join normal, join premium, bang, bang, bang game, bang game, is that why, is that why, okay, normal, so I want, I want weapon, genies, of course, blade, okay, that is normal, nothing, okay, premium, weapon, blade, 15, of course, what is that for blade, what the fuck is that, I have no silks, I have no silks, what is that for blade, 15 degree blade, Ja, das stimmt, vor 10 Jahren war das richtig geil, Du, wenn du jetzt deine Waffen hochpimpeln willst, musst du echtes Geld bezahlen, du bist quasi gezwungen, Du bist quasi gezwungen, diese Scheiß, Ich weiß gar nicht, sind die jetzt hier bei Immotals, nein, You is best, du bist gezwungen, diese Proofstones zu holen, Ansonsten, erschwindet deine Waffe, Nee, Quatsch, das war mit diesen, äh, mit diesen Bottles oder so, wie,